Hallo bei Inkup Your Pen. Heute möchte ich euch einen ganz neuen Füllfederhalter von Kaweco vorstellen und zwar den Kaweco Collection Toyama. So sieht die Packung aus. Ich zeige es euch hier mal. Also nochmal rum, damit ihr es auch richtig seht. Kaweco Collection. Ja, wie immer will ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Ich will euch auch ein bisschen was zur Firma Kaweco sagen, wobei das können wir auf ein Minimum beschränken. Die ist ja sehr bekannt. Ich will euch sagen, was er kostet, was ich dafür bezahlt habe, wo ihr ihn bekommen könnt und danach machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Kaweco Collection Toyama. Und zum Schluss sage ich euch, ob ich ihn mir wieder kaufen würde und wo ihr ihn denn bekommen könnt. Dann geht es jetzt los hier bei Inkup Your Pen. Ja, so kam er bei mir an. War natürlich noch ein Karton drum. Ich hatte mir den bei Amazon gekauft. An der Stelle sei wieder gesagt, ich bekomme nichts von Amazon. Ich bekomme nichts von dem Händler, den dort bei Amazon verkauft hat. Und ich bekomme auch nichts von Kaweco, sondern ich mache das, weil ich euch einen Eindruck vermitteln möchte, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr euch selber einen Kaweco Collection Toyama, jetzt ist mir es wieder eingefallen, Toyama kauft. Okay, soviel hier zu der Box. Ich hatte mir den vorher im Internet mal angeschaut. Diese Toyama ist oder diese Kaweco Collection ist quasi eine Art Sonderedition des Kaweco Sport, der seinen Ursprung im Jahre 1911 hat. Die Firma Kaweco selber gibt es seit 1883. Seht ihr da auch auf dem Aufkleber, den ich hier mit hergelegt habe. Und das waren die drei Dinge hier, die ankamen. Toyama, ja, das ist eine, so nach eigenen Angaben der Firma Kaweco, eine Küste oder ein Küstenstreifen im japanischen Bezirk Toyama. Und dieses Wasser hat zu einer bestimmten Jahreszeit, und zwar im Frühjahr, und deswegen kam der jetzt auch auf den Markt, so ein mystisches Blau. Da spricht man von Biolumineszenz. Und zwar geht das darauf zurück, dass da eine spezielle Tintenfischart lebt. Und die, die das Licht absorbiert. Und diese Lichtpunkte dann auf der Wasseroberfläche dann auch so schimmern, so einen glänzenden Effekt geben. So wie ihr das zum Beispiel hier, ich zeige es euch mal, und das finde ich sehr schön, schon auf der Packung auch seht. Auch hier bei dieser Kaweco Collection hat man die Packung des Füllfederhalters genau in diesem Stil gestaltet. Also hier dieser schimmernde Effekt, so wie der dann auch im Frühjahr im Bezirk Toyama an der Küste dort zu sehen sein soll. So wurde das beschrieben und war da selber noch nicht, kann das natürlich nicht bestätigen, aber so stellt es die Firma Kaweco dar. So, ich finde es sehr schön, dass man hier das schon auf der Packung mit verewigt hat, sage ich mal, weil das macht dann eben auch den Reiz aus, wenn man eine Sonderedition aus der Kaweco Kaweco Collection herausgibt, dass man dann eben auch die Packung behält und die gehört eigentlich dann mit zum Füllfederhalter. Ja, hier sind wir noch mal die Anschrift von Kaweco. Ist jetzt nicht weiter erwähnenswert. Kaweco Logo. Hier noch mal dieser schimmernde Effekt. Hier wird nochmal ganz gut deutlich, wenn ihr hier mal so schaut, wenn ich das so drehe. Hier auch noch mal das Kaweco Logo drauf, hier auch noch mal das Kaweco Logo drauf. Ja, dann waren dabei ein Aufkleber von Kaweco. Kaweco Germany sind es 1883. Der Füllfederhalter selber, der Kaweco Sport, das Urmodell sozusagen, ist ja 1911 rausgekommen. Ja, soviel dazu. Können wir mal nebenhin hinlegen. Ich habe plötzlich erst mal ins Mikrofon gestoßen. Dann gibt es hier noch so ein kleines Büchlein dazu. Da steht noch mal die Geschichte drin. Gründung der Heidelberger. Federhalterfabrik. Übernahme. Kauf 71,94. Dann wurde Kaweco übernommen im Jahre 94. Ja, also noch mal so ein bisschen Firmengeschichte. Dann ist hier noch mal die Qualität und das Garantiezertifikat. Also es wird die Echtheit bestätigt. Und der Füllfederhalter wurde von Hand montiert und in Deutschland fertiggestellt. Also das heißt, dass die Teile vielleicht woanders produziert wurden, aber man ihn hier in Deutschland zusammengefügt hat. Legen wir auch mal nebenhin. So, Packung haben wir uns angeschaut. Sieht ganz gut aus. Machen wir mal auf. Hier in einer Kunststofftüte kommt der Füllfederhalter hervor. Ich habe für den Füllfederhalter 23,95 plus Versand bezahlt. Ich habe mir den hier, ihr seht das auch schon, Teal BB in einer extra breiten Feder gekauft. Und ja, mehr ist hier auch nicht drin, wie ihr hier seht. Mal gucken, ob man das so sehen kann. Ja, genau. Können wir auch nebenhin legen. Dann nehmen wir nochmal aus der Tüte raus. Da steht eben nochmal drauf, Kaweco und so weiter und so fort. Und so sieht der Füllfederhalter aus. Kaweco Collection. Hier ganz gut zu sehen. Also es ist, wie gesagt, eine Sonderedition. Und hier seht ihr auch dieses Glitzern, was eben auch namensgebend in diesem Falle ist. Ich glaube, da kann man es ganz gut erkennen hier an der Kappe. Das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Ist ein Kunststofffüllfederhalter und ist ein sehr schönes, schönes Blau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich mir so den Ozean so richtig in dieser Farbe vorstellen. Also ist ein schönes Stück, ist gut gelungen. Dann schrauben wir mal auf. Mal gucken, wie lange wir da brauchen. Eine Umdrehung. Etwas mehr als eine Umdrehung und dann ist er offen. Schauen wir uns die Kappe mal an. Kappe hat keinen Clip. Das ist ja bei den Sport so üblich. Ist eine Kunststoffkappe. Mal gucken, ob wir hier noch mal reinleuchten können, ob ihr da auch was seht. Ja, hier seht ihr noch mal. Da unten noch mal mit einer kleinen Innenkappe. Ja, hier noch mal beschriftet. Kaweco Collection. Das ist so ein bisschen, ja würde ich sagen, so leicht eingraviert. Ich glaube nicht, dass das abgeht. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier oben drauf, muss ich nochmal richtig erhalten. Das Abschlussstück, würde sagen, das ist, würde sagen, ist auch Kunststoff, aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Nochmal Kaweco, das Logo von Kaweco drauf. Ja, fühlt sich gut an. Ist nicht scharfkantig. Mir gefällt halt dieses Design, dieses farbliche mit diesen kleinen glitzernden Punkten drin. Es sieht schon sehr cool aus. Fand ich schon sehr schön. Legen wir mal nebenhin. Rollt auch nicht weg, deswegen ist auch ein Clip nicht unbedingt notwendig. Ihr wisst, das ist ein extra bei Kaweco und müsst ihr euch überlegen, ob ihr das dann mit dazunehmen wollt. Okay, dann der Füllfederhalter. Hier seht ihr das Kaweco Logo. Mal gucken, ob wir da noch mal ein bisschen stärker reingehen, damit ihr das auch besser seht. So, Kaweco, unten BB für die doppeltbreite Feder. Dann hier Germany. Und hier seit 1883. Also since 1883. Hier kann man es nochmal ganz gut sehen, glaube ich. Okay, so sieht die Feder aus. Ist eine Doppel B. Schauen wir uns nachher mal an. Tintenleiter, auch von Kaweco gebrandet, wie ihr hier seht. Kann man auf dem schwarzen nicht ganz so gut erkennen, aber hier, glaube ich, sieht man es ganz gut. Also hier auch nochmal das Logo drauf. Dann schrauben wir mal auf. Achso, ich muss jetzt mal wieder scharf stellen, damit ihr auch was seht. So, hier ist nichts drin. Alles Kunststoff, Kunststoff auf Kunststoff. Kann man jetzt auch nicht viel zu sagen. Eine Patrone ist dabei. Die ist auch mit Kaweco gebrandet. Hier seht ihr das. Kaweco. Ja, Standardpatrone. Jetzt nichts Wesentliches. Die werde ich heute auch verwenden. Ich habe mir keinen Konverter dazu gekauft. Will ich auch gleich mal was dazu sagen. Man könnte hier einen Mini-Konverter verwenden. Aber ich bin da ich sage mal ich bin da nicht so begeistert von, weil man bekommt ganz, ganz wenig Tinte hinein. Und dann ist es eigentlich besser und so will ich es jetzt hier machen, dass man einen ich sage mal die Patrone, wenn man die auch leer geschrieben hat, dass man die mit der Spritze wieder befüllt. Das denke ich ist eine bessere Sache, weil wie gesagt, Konverter ist nicht dabei. Wenn ihr jetzt so einen Mini-Konverter kaufen wolltet, da geht weniger rein als eine Standardpatrone. Dann müsstet ihr circa sieben oder acht Euro noch mal aufwenden, wenn ihr einen Clip dazu kaufen wollt. Jetzt aktuell auch so ungefähr acht Euro. Also seid ihr schon mal bei 16 Euro noch mal dazu. und dann sind es nur noch acht Euro Unterschied bis zum Füllfederhalter. Und da finde ich, diese Zubehörteile sind dann schon recht preisintensiv. Deswegen habe ich mich entschieden, hierfür keinen Clip zu kaufen. Ich finde den auch so schöner. Ich finde, das würde das auch so ein bisschen zerstören, diese Sonderedition, diese Caveco Collection Toyama und werde mir auch keinen Converter sehr wahrscheinlich hierfür kaufen. Okay, dann für den Schreibtisch, äh Schreibtisch, für den Schreibtest benutze ich nachher diese Tintenpatrone. Und die können wir gleich mal einlegen. Und dann bauen wir ihn wieder zusammen. Und dann kann ich euch mal was zu Maßen und Gewichten sagen. So ohne Kappe, da misst ihr 10,1 Zentimeter. Ihr seht es hier an meiner Hand, also das ist deutlich zu wenig, da kann man nicht mitschreiben. Dieser Füllfederhalter, ihr wisst es alle, der wird aufgesteckt benutzt. Aufgesteckt misst er 13,6 Zentimeter und da seht ihr schon, das ist wunderbar. Da liegt er auch gut in der Hand, muss ich sagen. Da ist es ein sehr, sehr angenehmes Gefühl hier im Handling. Und im geschlossenen Zustand, wenn man die wieder abzieht, die sitzt übrigens ordentlich fest drauf, da braucht ihr keine Angst haben, schaut mal hier, dass die irgendwie abfällt. Aber das haben wir, glaube ich, auch nicht anders von Caveco erwartet. Wenn ich den jetzt so vor euch habe, im geschlossenen Zustand, misst ihr 10,6 Zentimeter. Okay, dann habe ich noch ganz vergessen, das können wir gleich nochmal machen. Ich kann hier mal meine Waage auspacken und die mal hier herstellen. So, dann sehen wir gleich mal, was der mit Tintenpatrone und so auf die Waage bringt. Ihr seht es hier, 10,7 Gramm wiegt der Caveco mit Tintenpatrone ohne Konverter. Okay, dann haben wir auch gleich Maße und Gewicht gemacht und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Caveco Collection Toyama. Die Feder ist BB, finde ich, sieht auch sehr schön aus. Tinte ist Caveco. Ich tippe mal auf Königsblau. Stand nichts drauf, aber könnte ich mir vorstellen. Okay, Papier ist wie immer, Claire Fontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt wie immer mal zuhören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Also ich denke, ihr habt es gehört. Das klingt ganz fantastisch, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Eine absolut weiche Feder. Das Doppel B gefällt mir auch sehr gut. Richtig kräftiger Strich. Überhaupt keine Frage. Ganz, ganz toll. So, haben wir kurz offen gelassen. Mal gucken, ob er gleich anschreibt. Und dann probieren wir mal schnell das Schreiben. Ja, sofort dann. Ja, ihr seht, Tintenfluss ist auch überhaupt kein Problem. Der kommt jederzeit nach. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Muss ich sagen, ganz hervorragend. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie F. So würde ich es mal einschätzen. Aber der gibt nicht mehr Feedback als eine F-Feder, wenn ich sie normal benutze, muss ich jetzt sagen. Also ihr habt es ja gehört. Ich finde, das ist selbst verkehrt herum sehr, sehr angenehm. Versuchen wir nochmal ein bisschen Variationen hineinzubringen. Mal gucken, was da geht. Ja, da ist nicht so viel. Sieht gut aus, aber ich kann nicht sagen, dass da viel Variation ist. Tintenfluss, denke ich mal, haben wir schon gesehen. Ja, ganz hervorragend. Ja, so viel zum Schreibtest des Kaweco Collection Toyama. Jetzt drehen wir den hier noch rum. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Kaweco Collection Toyama? Ja, ich zeige euch hier nochmal, so sieht er nochmal aus. Hier seht ihr auch nochmal so ein bisschen diesen Glitzer-Effekt. Was ich sehr schön finde, ist natürlich genau dieser Glitzer-Effekt und die Geschichte, die dahinter steckt. Ich habe sie euch erzählt, so wie sie sich auf der Kaweco-Seite eben darstellt oder wie sie da dargestellt wird. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde auch sehr schön, hier zeige ich euch nochmal die Verpackung, dass diese Verpackung, hier seht ihr nochmal diesen Glitzer-Effekt, dass die diesem Sondermodell angepasst ist und dass man da nicht einfach eine Standardverpackung genommen hat. Dann finde ich sehr gut diese, ich habe ja eine BB-Feder genommen, seidenweich, die finde ich sehr, sehr angenehm zu schreiben. Toller Tintenfluss, da kann man nichts sagen. Also das sind schon wirklich super Sachen und da macht das Schreiben einfach Spaß mit dem Kaweco Collection Toyama. Was gefällt mir weniger gut? Ja, weniger gut gefällt mir, dass ein Converter nicht dabei ist. Müsst ihr, wie ich euch sagte, 7 bis 8 Euro rechnen. Auch ein Clip, also ich lege nicht besonders viel Wert auf ein Clip, weil ich finde durch die Form, rollt der sowieso nicht vom Tisch. Aber manch einer mag ein Clip und er ist nicht dabei. Kostet auch nochmal ungefähr 8 Euro. Wenn er das in Relation setzt zu dem Preis des Füllfederhalters, finde ich, steht schon keine Relation. Deswegen auch mein Kritikpunkt. Man braucht es nicht unbedingt, aber es gibt ja Leute, die es mögen, die es so haben möchten. Und da finde ich schon, dass das nochmal eine ordentliche Zusatzausgabe ist. Den Converter, ich finde, den würde ich sowieso nicht empfehlen für diesen Füllfederhalter. Ich denke mal, man bekommt in diesen Mini-Converter von Kaweco, den sollte man sich dann holen, wenn man einen haben möchte. Da bekommt man ganz wenig Tinte hinein. Und ich glaube, man ist mit den Standardpatronen besser bedient. Die kann man dann entsprechend wieder mit einer Spritze befüllen. Und dann hat man, glaube ich, mehr davon. Und kommt günstiger weg. Würde ich mir wieder kaufen? Auf jeden Fall. Ich finde, die Farbgebung ist fantastisch. Dieses Blau gefällt mir super gut. Gut, das ist eine Sonderedition zum super günstigen Preis. 23,95 Euro plus Versand, je nachdem, wo man ihn kauft. Und Converter braucht man nicht. Insofern kann man auch nicht allzu sehr bedauern, dass er nicht dabei ist, finde ich. Weil er sowieso in diesem Mini-Edition, sage ich mal, oder in diesem Mini-Zustand, in dem man dann nur einpassen kann, also dem Mini-Converter, da macht er eh nicht so viel Sinn. Und deswegen ist es da besser, die wiederfüllbaren oder die Tintenpatronen mehrfach zu nutzen. So, jetzt habe ich es. Okay, soviel zum Kaweco Collection Toyama. Und dann würde mich natürlich interessieren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Oder ob ihr noch Fragen dazu habt. Stellt sie mir, legt sie in den Kommentaren nieder. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen. Auch beim Aufmerken. Vielen Dank.